Hallo Leute vom RambaZambaTV. Ja, ich gucke mir gerade mal die Werbung an, was wir so ab nächste Woche im Programm haben. Die Werbung ist ja eigentlich heute schon gültig. Für alle, die besonders die RambaZamba App haben, die kennen das ja schon. Da haben wir diese Woche diesen coolen Stuhl im Angebot. Schaut mal her. Stuhl Ballet heißt er. 39,99 Euro. Gibt es auch als Viererpack ab nächste Woche. Richtig stabile Ware. Schaut mal her. Da kann man echt super toll drauf sitzen. Wirkt auch so ein bisschen. 39,99 Euro haben wir den. Oder vier Stück für 119. Gibt es natürlich eine Menge andere Sachen, die wir noch in der Werbung haben. Was haben wir da zum Beispiel? Wasserkocher haben wir da. Guck mal mit LED-Beleuchtung. Da ist eine LED-Lampe drin. 19,99 Euro kostet der. Mit Federverschluss. Da sind LED-Leuchten drin. Die verfärben sich. Wenn das Wasser heiß wird, wird das ganze Ding rot. Und solange es kalt ist, bleibt es blau. Haben wir da von Schäfer. Ganz tolle Ware. Dann haben wir was geiles reingekriegt. Ein Turbo-Wasserkocher. Blitzwasserkocher von Schiwo mit Power. 3000 Watt. 19,99 Euro. Der steht auf einem richtig coolen Glassockel. Ne? So ein Plexiglassockel. Richtig edel. Richtig geil. Natürlich hier mit Dockingstation. Sicherheitsschalter. Alles dran. Markenware von Schiwo. Das ist auch was geiles von Schiwo. Da haben wir zum Beispiel ein kabelloses Dampfbügeleisen. Kann man mit oder ohne Kabel verwenden. Auf dieser Station, wie man es möchte. Man kann das auch dran docken. Dann hat man das Kabel dabei. Multifunktionell. 19,99 Euro. Und nicht zu vergessen, Möbel ohne Ende. Da haben wir zum Beispiel diesen Tisch. Eine 12 Millimeter dicke Glasplatte. Hat ja richtig schwere Ware. 49,99 Euro. Stabil verschraubt. Guck mal. Da reißt dir nichts ab. Ganz toller Wohnzimmertisch. Viele, viele andere Möbel haben wir natürlich auch noch am Start. Hier die ganzen Tische zum Beispiel. Wenn ihr das anschauen wollt, dann kommt einfach mal ab Montags ins Geschäft. Ich wünsche ein schönes Wochenende und viel Spaß. Wir sehen uns im Ramazamama. Ciao.